Scrat und seine Nuss haben schon immer für Probleme gesorgt und damit gibt es jetzt hier als kleinen Vorgeschmack zu Ice Age 5, den knapp 5-minütigen Kurzfilm unkommentiert namens Scratistrophe im All. Spannende Musik Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Oh! Oh no! Ah! Hey, guckt mal, Sternschnuppen. Oh, oh, Schlesse, wünsch dir was, wünsch dir was, du musst dir was wünschen. Wow, mein Wunsch ist gerade in Erfüllung gegangen. Bin okay. Meiner auch. Oh, ich glaube, meine Nüsse sind verbrannt. Oh, ich glaube, meine Nüsse sind verbrannt.